Ich bitte wieder die Medaillengewinne der Gewichtskraft bis 73 kg bei der Siege-Euro einzutreffen. Vielen Dank. Es ist nie zu spät. Die Kampfrichter werden geleitet von Herrn Gerhard Muggen und er wird assistiert von Herrn Gerhard Muggen. Herr Gerhard Muggen. Herr Gerhard Muggen. Herr Gerhard Muggen. Die Gewichtsklasse ist ihr egal, sie gewinnt fast immer. Sabrina, jetzt nutze ich die Möglichkeit, die alles Gute für Romo zu nutzen. Wenn wir nicht persönlich dabei sind, würde ich euch bedanken. Schafmeister, die ist 360 Kilogramm, Sabrina Fritz-Moser.